Hallo, ich habe eine Mütze an, weil mein Kopf kalt ist. Hallo! Ja. Wir haben ja Sonntag. Für mich ist es eigentlich noch morgens. Habe ich irgendwie das Gefühl. Borderlands sieht... Oh, die greifen mich schon an. Ja, wir sind auf jeden Fall wieder in diesem Versteck. Uiuiuiuiuiuiui. Warum auch immer. Warte, ich muss nur leiser stellen auf meinen Ohren. Nein. Wolltest du gleich dort? Nein. Nein. Komm schon. Oh, lol. Hast du es geschafft? Ja, ich habe es geschafft. Gut. Ich bin neben dir und... Ach, das war es gar nicht du. zu verletzten und schaust aus es kann so ist er jetzt noch komm herr du wer war das was war da ach so Oh, ich bin low. Also wirklich. Was? Was? Hä? Sie explodiert hier. Alles. Da liegt irgendwas, das hier aufsammeln muss. Was ist denn? Hey. Was? Jetzt kommt das. Ich sage, ist das diese KI, die dann zum Dings oder zum Dings wird? Ja. So, was mal, ich will jetzt meine Pinke Pistolen nehmen. Wenn ich noch was haben wollte. Oder nehm ich die, ne, ich nehm die. Die sind irgendwie cooler. Glaube ich. Ach, die ist das. Die mag ich eigentlich nicht. Aber okay. Ne, komm. Ich nehm lieber... Ach, warte, den Timer starten. Ach, Gottchen. Ich will lieber die Pistole, das so. Pink. Oh, ja, 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 wusste ich. War ich das? Hat sie säurisch haben? Ja, hat die. Aber der ist auch, dass sie werdet sind. Und hier.... Der ist das Blut bei der Marufach koska gan. Da, 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 da. Da, da, da. Da, da, da. Alter, die Pistole ist voll geil. Alter. Geh weg. die Kräne Jahr am Schaum so Halt, Waffe nicht gut wo müssen wir überhaupt hin ich guck mal, ne, nicht O, I so was machen wir denn hier wir hatten noch das hier machen wir das erstmal zu doll wir sind zu weit hä hier ist doch nix hä ach, da unten glaub ich hier liegt noch was Tatsache nimm deine paar Sinne zusammen mit diesen Mutanten ist nicht zu spüren ich komm hier nicht durch hä irgendwie unsichtbare Wand oder so ich komm hier nicht durch als würden ich komm hier nicht durch what the fuck lol was ich bin jetzt nicht gekommen, bin ich irgendwie zu groß oder so hier ist bestimmt iridium doch nicht n was, was steht da? da steht Markus Markus, du bist cool Lerner Laborratten iiih iiih oh alter geh mal weg Tunnelratten gibt's auch ah, ist hübsch ist hübsch ist hübsch hier hübsch Geh weg. Du da. Du Zwerg-Ratte-Dings. Seh. Was? Ach so. Mann. Geh hier in die Vier... Alter. Das sieht gut aus. Das sieht nicht gut aus. Sind wir... Sie sind immer noch in dem Versteck, oder? Du musst über das Vier-Ratte-Kommissionen anizieren. Warum kann der so hoch hüpfen? Ey, der hat was geworfen. Wo ist er? Wo ist er? Da ist was. Ich will da nicht rein. Warte mal, erst mal... Erst mal gucken, wegen der KI. Da war ja auch noch irgendwas hier. Ich wusste es. Wo ist das jetzt? Noch weiter hinten. Hä? Brennt in die falsche Richtung. Ach, verdammt. Wir müssen hier lang. Ist ja blöd. Das ist ja mal nicht runter. Dominik. Ich bin einfach durchge... Pizza. Pizza? Wer ist denn Lee? Boah. Was zum Teufel. Warum ist der so schnell? Liege weg. Okay, das schlag ich aber nicht. Wo ist er? Wo ist er? Nein, ich bin dreckig gedänt. Wo ist er? Ach, da oben. Alter, nein, das ist... Rough. Enter, 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 enter. Alter, was ist das hier? Moment. Wie hießen die? Äh, Ralph, Dan, und da ist es ein Mick. Mick? Ist das vielleicht eine Anspielung auf die, ähm, Ninja Turtles? Kann das sein? Hier ist ja nicht auch einer Michelangelo. Deiner Michelangelo, äh, aber ich glaube auch Ralph. Das weiß ich nicht mehr. Boah. Junge. Wieso lebt der noch? Gibt's so nicht. Wo sind die anderen jetzt? Aber ja, das könnte nicht der Fettung sein. Ja, das sind ja vier Stück, ne? Schade nicht. So viele Wegs. Ich weiß es nicht. Ich glaub den Jetadels dran füllen. Weiß ich, ich weiß auch nicht mehr. Ey, bleib hier. Ey, bleib doch hier. Wieso bekommt der keinen Schaden? Ich bin ja im Menü. Oh, keine Munition. Boah, Junge. Kommt der sofort auf mich angehüpft, so. Komm zurück. Ich habe hier einen hübschen Batzen Blutgeld für dich. Aber. Und wenn ich Blutgeld sage, meine ich auch Blutgeld. Und das finde ich ja schön. So, Magazingröße plus fünf. Was haben wir hier? Hier haben wir maximale Gesundheit. Bewegungsgeschwindigkeit. Äh, machen wir mal. Machen wir mal das hier. Einfach so. Dann war doch noch was mit der KI hier irgendwo. Out of bar. Achso. Ja, das ist es. Hallo? Oh, geht doch. Ich dachte schon, ich komme jetzt hier nicht durch, weil ich fett bin. Äh. Ist das hier richtig, wo wir lange rein? Ich habe keine Ahnung. Ist das eine Waffe, ist das eine Waffe, ist das eine Waffe, ist das eine Waffe, ist da. Ey, ich komme hier nicht durch. Halt, was ist das? Da ist einer Shotgun. Ich habe was gemacht. Ich habe irgendwas gemacht. Ich glaube, ich habe das Lüftungssystem irgendwie angemacht oder so. Ja, mach doch halt kaputt. Geht doch. Geld. Der Fernseher geht an. Oder auch nicht. Was ist das? Einfach alles betätigen. Passt schon. Was ist das denn? Eine Shotgun. Ist die besser als meine? Muss mal gucken, muss mal gucken, ein bisschen gucken, ja, 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 die ist besser. Sieht doch geil aus. So. 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 Was ist hier? Oh. Sind wir hier richtig oder falsch oder so? Ich glaube noch, sind wir richtig. Das ist ja... Oh nein. Ha. 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 Die Art, wie die Waffe, diese Shotgun hier bedient wird, wie ich hab, erinnert mich irgendwie an Sirius. ich weiß nicht so lange nach scheiß waffe die macht elektrizitätsschaden ich habe hier einen Micromancer-Modsch, Jo alter, auch keiner ha, von hinten oh shit ja, blutige Fleischklumpen, yeah ich gehe jetzt einfach nach Rom, ich habe keine Lust hier alle okay ich werde euch alle töten ach du scheiße, das hat er noch mit Absicht gemacht du bist blöd, du bist blöd, du bist blöd du bist blöd, alter Heilung, Heilung komm schon, ja das wollte ich ja, das war gut ich habe noch 1% Schild ey gehst du wohl sterben ich habe keinem Leid mir zu lange nach hier noch, hier haben wir dich nix mit Selbstmord heute oh nein boah das wusste ich nicht Alter ich bin gestorben, dann war ich doch nicht tot geh weg geh weg geh weg Junge irgendwo kam mir doch gleich noch so ein Fetter mit irgendeiner Scheiß ich habe hier eine Waffe ich habe hier eine Waffe ich habe hier eine Waffe wird ihn nicht schon letztes Mal oh nein lad schnell danach gib ihm jawoll oh, 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 lass mich oh, Mad Mike ist wieder da ich dachte er wäre tot ah, ich bin jetzt tot I'm running ich weiß nicht ob ich es schaffe ich glaube ich habe hier gleich einen, oder? jawoll aber Mad Mike ist böse 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 oh mein Gott der hat einen Raketenwerfer du hast vollkommen recht gehabt warum nehme ich eigentlich den dicken wenn daneben so ein kleiner ist? aber egal egal scheiße scheiße töt ihn ja Aua was ist das, was ist das, was ist das? hast du den geschafft? joa er ist weg so hab die kleinen hier außerhalb alle gemacht geil jetzt gehe ich mit meiner pinken Pistole warte, wir sind hier falsch kann das sein? noch sind wir richtig ok wir haben aber noch einen weiten Weg vor uns und alles nur für die scheiß KI die die Sto oder Prozent 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 ja geht doch Weck der Prozent 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 ich habe nur ein Widerschließende Einwander Kerstin Prozent 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 so ein scheiß dieser unterdrücken ich sterbe Torsten ich habe mich wiederbelebt oder nicht doch ich auch nach A aber ich habe schicken das ist die Hauptsache das ist die Hauptsache ja immer schick aussehen so jetzt kann ich hier durch Waffenkiste gibt da ist was da ist was da ist was eine Tollette da ich liebe Tollette nicht so meins nicht so meins A schon eher Feuerresistenz könnte schick sein diese Waffe sie ist hübsch sie ist schick oh nein wieso sind hier überall Typen ey was soll das denn jetzt Mann komm doch her ich habe die doch alle weggehenden er hat dann hätte ich meinen nein nein kommende die hier hat der D sie die ich stehe Rathalt gehalten hat er hat das Attacat hat er 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 kann er also wie viel Flügel noch kommen die Person ist voll das ist kommt doch ja er kommt alle hoch und alle hochjagen dann war er in Eintracht ich hab ja hat das klappt nein 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 ich mag sachen nicht jetzt hier größer hier sind ganz viele schöne Granaten ich hab hier ganz viele schöne Tüppen die sind alle heiß okay bisschen weiter vorne so wo dich hab ich gesehen ach ja das hab ich zu Hause versehen gemacht aber ich hab ganz vergessen dass ich das hab so wie immer da so sind die da ich seh nix er läuft hier Nomade oi 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 nicht so viel ich komme es wird ich ist waaaaa wo war das ist das Jahr Köln den warum gibt es so wenig Erfahrung das waren so viele Alter ich bin hier die Sekunde jedes Mal liegt das hier chillt doch mal haha es ist ein Gott Ich und die Jungs haben eine Idee, eine super Idee. Wir bauen ihm einen Schrein, einen großen Schrein, schönen Schrein. Und er versorgt uns weiter. Was ist denn in der Waffenkiste? Ich will da rein. Guck mal, ich dusche. Oh, blau. Jetzt ist es weg. Ah, da kommt es wieder. Ich hoffe, das ist Wasser. Aber es sieht irgendwie nicht so aus. Also bei mir ist da gar nichts. Ach so, Physikseffekte. Hast du ja noch nicht eingestellt. Wir sind beim Binnen auch auf niedrig. Ja. Für hoch muss ich das Spiel neu starten. Dann hab ich so bekommen. Nächstes Mal. Ciao. Schick, schick hier. Ja, ne? Hübsch. Schön mal wieder hier zu sein, finde ich. Pamm. 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 Pamm.